Moin Leute, heute geht es um smooth Übergänge und sanfte Einstiege. Dazu ein aktuelles Beispiel. Ich habe hier einen Song, wo halt der Einstieg zum Beispiel sehr abrupt ist und sehr meiner Meinung nach unangenehm. Und ein kleiner Trick. Ja, ihr habt es gehört, es geht straight los, ohne irgendwie vorgeplänkelt, dies, das. Und ein kleiner Trick, um das halt angenehmer zu gestalten. Und dann habe ich mir dann quasi das hier genommen und dann hier rüber kopiert. Und dann markiere ich mir das hier kurz so. Ich mache hier acht Stück hinter, einfach um eine feste Anzahl zu haben, damit ich das gleich cutten kann. Und gehe dann quasi hier in Edison rein und nehme quasi auf, was abgespielt wird. Ich drücke auf Aufnehmen, zack, abspielen. Ja, reicht auch schon für Verwendungszwecke. Ihr merkt, ich habe da sehr viel Hall drauf gemacht mit Reverb 2. Da habe ich auch ein kleines Tutorial zu. Geht nur ein paar Minuten, könnt ihr gerne reinschauen. Und jetzt nehme ich quasi das hier und füge das hier ein. Ja, das hört sich jetzt so an. Ups. Das war halt quasi genau das, was ihr eben schon gehört habt. Dann macht ihr einen Doppelklick links da drauf. Und dann geht ihr auf Reverse, also quasi umdrehen. Dann cutten wir hier kurz das hier weg, weil wir das nicht haben wollen. Dann gehen wir kurz ans Anfang. Ans Anfang, an den Anfang. Hier vorne hin. Ja, ich mache nochmal den Anfang ein bisschen kürzer, damit wir Platz haben. Ich habe jetzt keine Lust, alles zu verschieben. Und jetzt haben wir quasi hier den Einstieg, also quasi der Hall umgedreht, ist dann wie ein Rise und führt uns dann quasi zu den ersten Tönen hin. Ich spiele das Ganze jetzt ab. Ups. Ja, hier ist eine kleine Lücke drin. Ups. Zack. Jetzt aber. Ja, ihr merkt, dass es noch grob ist. Ich habe das jetzt halt nur sehr, sehr komisch da eingefügt. Das ist halt nicht ganz synchron. Aber quasi, wenn man es richtig macht, dann ist es halt ein super Einstieg. Man kann es hier noch mit dem Mode quasi smoother machen und halt die Ecken ein bisschen abrunden, damit man halt Clicking entfernt und sowas. Aber das ist alles in einem anderen Video. Das könnt ihr quasi mit jedem Sound machen. Mit Vocals, mit Lids, etc. Und ja, so viel dazu. Und ja, so viel dazu.